Aber Mason ist gerade essen. Ach nee, ich habe ihn gestummt. Rüppdü, rüppdü. Du lädst mich die ganze Zeit ein, Juli. Und wie gesagt, ihr könnt einfach in meinen Clan kommen. Ja, ich bin nett. Ich bin halt gestern in Westfam in seinen Clan gekommen. Juli ist gestern in meinen Clan gekommen. Halt, ich war eigentlich schon früher drin, aber ich musste noch Bewerbung machen. Oder? Tschüssi? Ich musste nur Bewerbung machen und dann halt, das hat mir gefehlt, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, kann ich noch einen Glowskin verlosen? Aber geht leider nicht. Oh, das wäre geil. Das wäre geil. Juli direkt. Ich bin dein Clan. Ich will ihn gewinnen. Oder? Ich habe halt eine Kette, die es ein bisschen zu klein ist. Du hast eine Kette? Ja. Ich habe eine andere Kette. Ich kaufe mir auch eine Kette, aber für den Hals. Halb von Apo. Aber ich kaufe von Apo Red. Apo R.D. Apo R.D. Auf jeden Fall, jeder kann mitspielen. Wir machen Abonnenten. Wir machen Abonnenten-Zerken. Ja. Abonnenten-Abo Nennenspielen. Alter, auf was spiele ich? Auf was? Ich spiele auf Autos. Alter. Wo landen wir? Da. Warte. später kommen wir ja auch dazu ja ist gerade pizza frisst sich mal wieder folgenden bauch wir müssen ja ein bisschen ja das stimmt und hat sich folge fressen und hat sich folge fressen mit pizza noch nicht dann gehst du noch so von dominus oder was von dominus pizza ich habe ich war heute in die ganze zeit bei neg den ganzen tag die ganzen paar stunden ich habe eine piste ich habe so eine scheißwaffe ich habe hier und war sogar für dich und das ist eine piste und ich habe zwar ein ich habe ein sturmgewehr und den besucher nur ja ich bin seit ihr was nein sie meinen leistungs spieler sie sind ein spieler sie sind eins auch muss man sagen ich muss dir was sagen chasen ich weiß nicht ich sehe das nicht dass ich gerade wenn er dich gerade gekippt hat wir müssen noch aufs mail warten das stimmt kommen die lobby versuch mir kurz die kette um anhand zu machen bei wem hat es geklingelt bei wem ist dominus pizza angekommen aber leider wohnt ihr wohnt in deutschland oder ja du hast so pech chasen weißt du warum der koronavirus wird zu euch kommen der ist in berlin ich weiß aber der kommt noch in deutschland der ist schon in deutschland aber er kommt zu euch ja ok leider meinte das jetzt ernst kommt später wieder an oder auch nicht kann ich ihn kicken ich kann ihn kicken dann macht das auf jeden fall ihr könnt euch alle bei mir bewerben einfach hashtag bewerben in die kommentare schreiben oder macht einfach ein video und schreibt xp j y t nein xp clan bewerbung ja ok so geht es so aber ich bin auch ein moderator halt wer sich bewerbt ja aber du bist ersatz moderator wenn ich schon mal elgrad nicht können ok ja und wenn sich einer bewerbt guck ich halt guck ich ja und sag uns bescheid ich will mitmachen du kannst nicht mitmachen also ich muss halt ich will aber mitmachen halt ich und du es können halt nur zwei zwei müssen ein killduell machen wir müssen uns direkt töten lassen ok 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 und dann sturm und dann gibt es killduell komm wir du es versus squad ok mach doch mach doch aber kein fuß gold du es gold aber doch da bekommt man nur goldene waffen das ist schon gut oder mhm und was ist unser main skin aus unserem clan ghoul ahja ghoul also wer kein ghoul doch jeder der ghoul auch die kein ghoul haben dürfen rein ok guck mal mein kontolevel an 607 kontolevel warte ich sag kurz meins meins ist 435 ja ab 4 ab ja bei judy ist es eine kleine ausnahme ja was für kleine ausnahme ja eigentlich darf man erst ab 500 rein ab 500 kontolevel soll ich dir sagen warum ich nicht so hoch bin hm du weißt du schon warum oder weil ich sehr lange nicht mehr auf dem account gestockt habe ach ja du hast die account die ganze zeit gewechselt gewechselt julis accounts wurden nämlich gescamt nur einer ja sag mal die geschichte wie du deinen account verloren hast deshalb du kannst es dir sagen ich hatte es dir schon mal erzählt ich habe es vergessen sag mal ich habe ähm er wollte er hat mir er wollte mir halt renegade account geben dafür musste ich meinen account geben er hatte ja renegade er hat er hat er hat schwarzen ritter account und renegade ok und er er ich habe ihn halt er hat mir erst erster e mail geschrieben ich habe dann e mail geschrieben dann habe ich passwort geschrieben dann er hat halt dann danach gar nichts mehr gemacht ein freund von toxic mark halt von it's also it's a force community ok haltet euch also von toxic leuten die eure accounts tauschen wollen haltet euch da raus das will julie euch damit sagen oder mhm ja ich werde das ja nie wieder machen und auch nicht mal bei meinem season 1 account wenn ich einen hätte oder oder mhm ey zu mir ist auch so ein hacker also mein kleiner cousin der der julian hat mich kennt ihr noch xx von dem ersten videos so der bedroht mich auch die ganze zeit mit account ich nehme dir dein account weg dies das andernes ich höcke dein account ja wir waren letztens in der lobby und heute auch das sagte so ich scamm dein account wenn du mir nicht in den nächsten vier sekunden gibst so hat er nicht gemacht so dann hab ich halt verlassen so als ob mein kleiner cousin das einfach macht ja ich kann nicht rennen ich kann nicht schnell rennen was muss man da lachen jetzt warte scheiß noch nicht trinken hier ja ne was ist ich liebe diese tag kannst du mitnehmen healing beiseite nein ich hab ich brauch halt noch ein dungen gewehr und das war's ok ich auch Gegner Aufволung er hat 5 hp Juli, bitte. Ey, bei mir ist auch noch einer. Die hat 5 HP da. Wenn er sich nicht gehealt hat. Okay, er hat sich gehealt, Juli. Mit Healing-Fan. Passt auf. Ey, ich habe keine Metz mehr. Was soll das? Oder? Unser nächster Clan-Skin ist Dynamo. Aber ich habe schon gut gespielt, oder? Aber hast du gesehen, wie ich den einen so ausgelockt habe? Aber der eine hier hätte ich sogar schon geil. Oder? Mhm. Ihr müsst einfach sagen, also, Julian, guck mal bei YouTube, ob es schon Bewerbungen gibt. Okay. Ich guck auch. Live-Übertragung. Nächste, bitte. Julian, guck mal im Chat, ob irgendjemand was Besonderes oder so reinschreibt. Worte? XP-Bewerbung. XP-Clan-Bewerbung. Es gibt keine Bewerbung. Es gibt überhaupt noch keine. Meine Lust-Bewerbung. Ich bin von Fiks. Ich bin von Fiks. Es ist mir aufgefallen, dass Fiks eigentlich in die Lost Clan ist. fix ja du kennst ja fix so ja kenne ich der du eine geld ja dings auch dings auch gustav x gustav 3 max 3 max hatte ein otis kann standards hatte davor aber kein code name elf oder ich kann einfach nicht schon mal in deiner einstellung nein ich muss dann immer kurz tanzen guck ich kann wieder nicht rennen und ich kann nicht bauen ja fort jetzt zur zeit verbaut er drückt mir gerade den hat schon kann man ich hatte eine als sehr gute herzschutz der könnte man klar muss um eine karte ja wo ist die startet da habe ich meine die mit 20 60 schuss aber war zu kurz okay es liegt was ist jetzt mit einer einstellung und du hast gerade mit der netze gelegt universa box kann jetzt auch mehr bauen was können jetzt auch mehr bauen als sonst damals aber das kann das war kein bot aber schaut sich so aus oder ich habe gerade dann ist kurz angemacht ok jason ja hast du bock dann auf gta ich bin einfach so heute auch normal in gta reingegangen auf einmal habe ich eine millionen bekommen ich habe mir gestern 1,2 millionen geholt und zwar wieso kriegen wir so viele ogs und ich habe elite agenten mit schwarz black night schild und auch sie die sede gags gesehen komplett der ogs oder ich werde die landen hier was ich glaube aber die landen hier sogar die haben zwei ghoul trooper gesehen was stehe vor wir beide hätten black night schild und ogs guhl und ogs guhl dann hätte ich nur noch ogs guhl gespielt mit black night schild und ich nur ogs guhl wieso die skard ich habe keine waffe ich hab eine ská oh mein gott laggy hm ahahahahaha ammm er schießt durch wände amm die wand ha noob niemand legt sich mit mir und meinem clan an nur weil ich keine skar hatte kleiner pisse stream sniper junge die kiste bitte ich hab keinen bock mehr auf stream sniper ich auch nicht ich hoffe es stimmt ich hoffe es sind jetzt nicht sie mir ja oh mein nicht gewesen stimmt oder die lied aber er spielt immer auf mal die echse vielleicht ist es auch mal die echte gewesen am meisten später jetzt auch noch mal reine geht oder mal die excel ja er spielt oder was genau die hat nate ist ja wieder aber nate ist eine auktion früher aber so ehrenlos ja und er hat den spannen lassen krebs account der 17 creeps account aber der war heftig so viele halleluja halleluja ich habe das ist apokalyptopana oder apokalyptopana wie der heißt apokalyptopana ja hier ist für mich ich brauche unbedingt eine pump und pump moon oder für alles moon am besten ich habe so wenig ich habe hier die ganze zeit ich habe noch ein beckenberg und ich habe ein schild und mit kipp ich habe gerade weg ich habe aber meistens gerade auf mc chicken mc chicken ich glaube juli rastet gleich aus wenn er kein mc chicken hat wo ist mein mc chicken wo ist mein mc chicken wo ist meine bomb machine auf jetzt ich glaube juli will sagen wo ist meine p... äh wo ist mein big mac egg wo ist mein big mac mama Kriegst du doch gleich. Nein. Dann sagt Juli, gib mir was weg. Dann sagt Mama, kriegst du gleich. Nein, wo ist meine McChicken? Dann sagt Phil so, ich bin auch ein Big Mac. Juli so, halt die Fresse, ich krieg den Big Mac. Phil so, aber ich bin dick und fett. Dann die Mutter so zu Phil, du bist doch dünn. Er so, kleiner Lauch. Dann sagt Julis Mutter zu Phil, du kleiner Lauch. Dann sagt Phil so, halt die Fresse, ich bin kein Lauch. Dann sagt Juli so, halt, du mal die Klappe, ich brauch nen Big Mac. Dann sagt Phil so, halt die Klappe, ich brauch nen Burger. Juli so, ich geb dir Burger und ich krieg 8 Big Macs. Dann sagt Phil so, nur dann will ich 7 Big Macs. Dann sagt Juli so, halt die Fresse, dann nehm ich halt 18 Big Macs. Dann sagt Phil so, okay, nimm doch. Dann fahren die zu Meckes. Juli kauft sich 18 Big Macs. Phil haut auf alles drauf und haut auf alles mit seinen Fäusten drauf. Und Juli hat dann nur noch einen Big Mac. Und dann isst er den so und verpasst Phil ihm ein blaues Auge. Juli rastet aus. Ich hab keinen Big Mac mehr. Ich töte dich. Ähm, Dings. Dann holt er sich aus Waffenladen Ska und lasert ihn so weg. Ratatata, 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 einmal ratatata. Nein, 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 nein. Ah, Mann, der Gero. Ratatata, mach ich mit dir. Ja, dann sagt Phil so, mein Big Mac. Wieso hab ich die nicht, wieso hab ich die nicht davor noch gegessen und zerquetscht. Juli so, dann Juli so aus Brawl Stars so. Kennt ihr Brawl Stars Werbung, wo auf dem Grab Ju steht? Dann sagt Juli so, verreckernd deinen eigenen Kotze, Phil. Und dann sagt Phil so, halt die Fresse. Und dann sagt Juli so, geh nicht einfach ins Grab. Ich buddel auf und die Schaufel geht auf mich. Und dann Juli so, wenn schon kaufst du jetzt 8000 Big Macs bei McDonalds oder du stirbst. Nein, McChicken. Ja, okay, McChicken und ein Big Mac. 8000 McChicken und ein Big Mac. Dann sagt der Mann da bei Mac ist so, halt die Fresse, ich schlag dir jetzt eine rein. Dann hatte Juli, dann ist Julis Auge geblutet und seine Nase war gebrochen. Dann lag er im Krankenhaus. Er war wieder gesund, hat Phil erstmal sein Bein und Arm gebrochen. Und ja, dann geht's so weiter halt. Und dann ein nächsten Monat später so, ich brauch mein Big Mac. Und mein McChicken. Phil so, hallo, ich brauch das. Dann kommt Mondschein so, wala Habibi, verpiss dich, das ist jetzt mein Big Mac. Und Juli so, äh. Okay, 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 okay. Das ist der Big Mac, wenn du den holst, kauf ich dir morgen Big Mac. Nein, das hier kann ich Big Mac kaufen, mein Sohn. Ich dir meine ich. Oh, äh, äh, es sind drei Leute, hab ich mir gedacht. Das ist Season 2 Skin. Ich hab keine mehr. Da war es diesen blau, royale Ritterin, jetzt geht der ab. Und weiter geht's dann so, Mondschein so, dann weint Juli erstmal so, dann so. Ich brauch Big Mac, sonst sterbe ich. Schlägt Mondschein eine rein, nimmt sich den Big Mac, frischt sich so voll. Und wieder geht's dann.